Musik Willkommen bei Mystica TV. Geistheilung, Heilung durch Handauflegen, energetisches Heilen, gab es eigentlich zu allen Zeiten. Und so natürlich auch heute. Aber was ist eigentlich Geistheilung? Darüber habe ich heute die Ehre, mit einem der bekanntesten Geistheiler Europas zu sprechen, nämlich mit Horst Krone. Ich grüße Sie. Schön, dass wir miteinander ein bisschen sprechen können, was Heilung durch den Geist eigentlich bedeutet. Sehr gerne würde ich mit Ihnen zunächst ein bisschen in Ihr Leben zurückblicken. Sie sind, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, 1934 in Berlin geboren. Und es gibt ein Zitat, das heißt, das Übersinnliche war ganz normal für mich. Wie ist das zu verstehen? Ja, ich bin als Kind in eine Familie hineingeboren worden, wo die Geschwister meiner Großmutter alle medial waren. Also die Großtanten, die Oma, jeder hatte irgendetwas, was nicht normal war. Also die Zukunft schauen, aus Fotografien Krankheiten erkennen und viele sahen dann natürlich auch das schamanistische Heilen. Und wenn ich hier sitze, dann sitze ich nur deswegen, weil meine Großmutter mich mal zurückgeholt hatte. Das war schon, der Arzt war dabei, schon den Totenschein auszuschreiben. Und dann hat sie gesagt, nein, ich glaube, da geht noch etwas und hat sich eingeschlossen mit mir. Ich war damals zwölf Jahre alt. Was war das für eine Krankheit? Ja, ich hatte Nasendefterie. Ich war schon drei Tage bewusstlos. Ich war praktisch verstickt. Und so erlebte ich also als Heranwachsender mediale Fähigkeiten von anderen Menschen als ganz was Normales. Das verlief aber dann, als ich dann anfing, den Beruf zu erlernen, habe ich daran nicht mehr gedacht und habe jetzt viele Jahre oder Jahrzehnte dieses Thema völlig ignoriert. Trotzdem immer so eine gewisse Neugierde, weil ich mir irgendwo einen Artikel gelesen habe, schon da war. Aber ich habe nichts praktiziert oder habe mich noch gar nicht darum gekümmert, was dahinter steckt. Wie es halt auch so ist, Sie wollten erst mal eigene Wege gehen. Ich glaube, das war auch wichtig, dass ich erst mal handfest einen Beruf erlerne. Oder ich habe ja zwei Berufe hintereinander erlernt. Einen handwerklichen Beruf, wo ich eine Meisterprüfung gemacht habe. Und dann einen Kaufminister mit einer Ausbildung als Betriebspsychologe. Und diese beiden Ausbildungen, der Handwerkerberuf, der hatte ganz viel mit Physik zu tun, weil ich Instrumente für Sternwarten gebaut habe. Und da musste ich über Astrophysik und einiges wissen und können. Und diese Grundlagen und dann die Grundlagen der Psychologie führten dazu, dass ich nachher ernsthaft an eine Forschung der geistigen Phänomene rangehen konnte. Und sie versuchte einzuordnen in die Naturgesetze. Sie haben sich weiterhin immer auch für alle möglichen Dinge und Phänomene interessiert. Und irgendwann dann, ich glaube, als Sie 40 waren, haben Sie sich entschlossen, sich dem ganz zu widmen. Ja, mit 37 habe ich eine gut dotierte Verkaufsleiterstelle aufgegeben und habe den Sinn des Lebens gesucht. Und das hat noch ein paar Jahre gedauert. Und dann kam ich an einem Ort, wo ich die Begegnungen hatte, die mir den Weg ebneten in die Geisteswissenschaften hinein. Und das war in Teneriffa? Ja, das war auf Teneriffa. Aus irgendeinem Grunde hat es mich dorthin verschlagen. Da waren also tiefere Beweggründe mit dabei. Und da habe ich dann auch die Menschen kennengelernt, die mir so ein bisschen den Weg bereiteten, in eine Forschung zu gehen. Und das ergab sich dann so. Ich habe dann ein Gästehaus aufgemacht, wo wir anfangs nur mit Naturheilkunde und psychologischer Betreuung Menschen halfen. Es nannte sich Zentrum für Lebenshilfe, das Gästehaus von uns. Und weil auf Teneriffa oder in Spanien überhaupt das geistige Heilen oder diese Außenseitermethoden geduldet wurden. Sie wurden also nicht so vom Gesetzgeber verfolgt wie hier in Deutschland. Man konnte sich dort freier bewegen. Das habe ich auch durch Zufall erst erfahren, als ich da unten war. Das war nicht der Grund, dass ich nach Teneriffa gegangen bin. Und Sie haben dort Heiler aus ganz verschiedenen Ländern eingeladen? Ja, ich hatte eine kleine Gruppe gebildet. Wir nannten uns eine parapsychologische Forschungsgruppe. Wir wollten also die ganzen Phänomene, Anfang der 70er Jahre war das ja, so kamen die ersten Bücher von Professor Rhein, wir waren da aus der Parapsychologie. Wir haben diese Versuche nachgestellt und wollten wissen, ob das stimmt, was da in den Büchern steht. Und dann stießen wir eben auch auf das Phänomen der Geistheilung und da haben wir uns entschlossen, Geistheiler einzuladen. Und so kam daraus dann eine Forschung, die über viele Jahre, fast acht Jahre dauerte, wo ich in regelmäßigen Abständen verschiedene Heiler aus verschiedenen Kulturen und Nationalitäten hatte. Und ich hatte immer eine Bedingung gestellt, wir besorgen Patienten, du wohnst bei uns, du kriegst die Patienten. Und die Bedingung ist, dass ich bei jeder Behandlung dabei bin. Und so habe ich also hunderte von Heilungen erlebt oder Behandlungen, nicht alles, das ist ja eine Heilung. Aber ich konnte mir dann so langsam ein Bild machen, was so dahinter steckt. Und kam zu dem Schluss, dass diese Heiler weder gottgläubiger oder klüger sind als ich selber, aber die sind irgendwie dahinter gekommen und haben ein Urvertrauen entwickelt, mit Kräften umzugehen, die wir alle in uns haben. Und kamen Sie dann auf Gemeinsamkeiten, also Dinge, die fast alle Heiler gesagt haben, was Heilung eigentlich bedeutet? Ja, also die Heiler, die alle Erfolg hatten, die haben grundsätzlich immer gesagt, das heilt durch mich. Da hat aber keiner dabei gesagt, ich bin der Heiler, sondern höchstens ich bin der Heiler mit Gottes Gnaden, so ungefähr. Aber die meisten haben gesagt, es fließt eine Energie durch sie oder eine göttliche Energie oder ein Arzt aus dem Jenseits steht mir zur Hilfe. Oder manche haben auch mit Engeln gesprochen. Es waren immer, die Erfolgreichen waren immer Menschen, die ehrlich waren, dass nicht sie es sind, dass sie nur ein Werkzeug einer noch unbekannten Kraft sind. Dieses Bewusstsein gehört wahrscheinlich dazu, ja, zu wissen, auch in gewisser Demut zu wissen, es gibt ja Kräfte und Energien. Das ist meine Aufgabe, nur Kanal zu sehen. Ja, wobei, das Demut kann eine Falle sein. Wer zu demütig ist, der entwickelt keine Eigeninitiative. Ich habe nämlich erkannt, die Heiler sind ja auch irgendwo auf den Weg gekommen. Irgendwo mussten sie eine Information haben, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie also an diese Kraft herankommen, die durch sie fließt. Und das ist eine Bewusstseinssache. Das kriegt man nicht einfach so aufgedrückt und geschenkt. Und das Wichtigste ist, zu erkennen, wie komme ich in den Genuss dieser Energie. Wie muss ich mich selber verhalten? Es geht also nicht darum, nur die Energie zu nutzen, sondern auch die Gesetzmäßigkeiten dahinter zu verstehen. Ich bin ein sehr religiöser Heiler. Der hat dann vorher sein Ritual gemacht, hat gebetet, hat sich vielleicht so ein bisschen zurückgezogen. Also, die Asiaten, die ich hatte, die haben vorher eine Stunde meditiert. Andere wieder haben nur so ein paar Formeln gesprochen. So wie um Gesundbeten etwa. Und andere sind in Trance gegangen. Es gibt also ganz viele Methoden, sich dieser Energie, dieser geistigen Kraft zu öffnen. Verschiedene Wege. Interessant finde ich auch, dass Sie haben sozusagen von außen als Forscher daran gearbeitet, aber allmählich sind auch in den Selberfähigkeiten aufgetaucht, weil Sie sich immer tiefer mit diesen Themen beschäftigt haben. Da gibt es ein Zitat, was ich sehr schön finde. Dieses Zitat, ich möchte wissen, um zu helfen. Ja, das war einer meiner Lehrer, der hat mir das gesagt. Der Sinn eines Therapeuten, egal welcher Art, ob Geistheiler oder Schulmediziner, sollte darin liegen, zu erkennen, wie sinnvoll ist meine Heilung und warum wird sie helfen. Und zwar den ganzen Menschen helfen. Und so ist es also wichtig, wenn man nicht weiterkommt, zu hinterfragen. Ich möchte wissen, um zu helfen. Das ist so eine Antriebsformel, die dazu führen kann, dass man sagt, ich muss mir noch Bücher kaufen oder ich muss da noch ein Seminar besuchen, ich muss dies noch lernen, damit ich weiß, warum ist der Mensch krank. Die Formel kann auch benutzt werden, wenn die Öffnung nach oben zur geistigen Welt ist, dass man seinen Helfern die Bitte vorträgt, ich möchte wissen, um helfen zu können. Denn wahre Heilung ist immer eine Bewusstseinsveränderung beim Patienten. Der Kranke muss wissen, warum er gelitten hat, sonst wird er wieder leiden. Also ohne eine Veränderung der Persönlichkeit in Bezug zur Krankheitsverursachung gibt es nicht. Es muss immer im Patienten etwas geschehen. Denn im Endeffekt ist der Patient ja immer der Empfänger der Heilenergie und muss sie verwerten. Wir können nicht für einen anderen Menschen leben und können auch nicht für einen anderen Menschen Heilenergie produzieren und sagen, du hast es, er muss sie ja annehmen. Es gibt ja genügend Patienten, die keine Heilung annehmen. Die wollen es gar nicht. Einige sind stolz und sagen, ich mache es alleine. Und andere sagen, ich glaube nicht daran, das funktioniert sowieso nicht, mir kann keiner helfen. Die sperren sich dagegen. Also das heißt, und damit gehen wir ja schon ein bisschen in diesen Bereich, was bedeutet eigentlich Heilung und Geistheilung? Es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch krank ist. Ja, es gibt, ich sage es mit anderen Worten, es gibt immer einen Verursacher. Der Verursacher kann im Menschen sein, der kann aus seinem Umfeld kommen. Er kann vielleicht bestimmten Nachbarn nicht gewachsen sein. Oder er ist in der Familie so erniedrigt, dass er also dem Milieu nicht gewachsen ist und leidet darunter. Es kann aber auch die Krankheit aus seiner Persönlichkeit entstehen, durch falsche Glaubenssätze, durch Sucht zum Beispiel. Und kann man diese Gründe immer finden? Ja, ich möchte sagen, das ist die heilige Aufgabe für jeden Therapeuten. Und wer sich diese Mühe nicht macht, der ist ein schlechter Therapeut. Denn auch in der Schulmedizin weiß man, dass die besten Ärzte die sind, die die besten Diagnosen stellen. Das Problem ist ja, gerade in der körperorientierten Heilkunde, dass zwei Drittel aller Diagnosen falsch sind. Weil, wenn ich nur den Körper betrachte und die Psyche und die Seele hinten rauslasse, dann kann ich also die seelischen Kranken oder die psychosomatischen Erkrankten nicht erfassen. Denn der Körper ist ja nur das Austragungsfeld des seelischen Kummers. Ja, bevor wir da weitergehen, noch ganz kurz zu Ihrem Lebenslauf weiterhin. Sie haben im Jahre 1999 die Schule für geistiges Heilen nach Horst Krone gegründet, wo Sie sozusagen all dieses Wissen in einen, ich sag mal, Lehrplan integriert haben. Und Sie sagen auch, jeder kann im Grunde geistheilen lernen. Ist das so? Ja. Es gab zwei Schritte dazu. Ich musste das Gästehaus aufgeben. In diesem Gästehaus gab es dann schon zehn Jahre lang Seminare und Fortbildung. Ich habe auch Ärzte ausgebildet, die bei uns zu Gast waren. Aber das wurde alles zu viel und ich musste eins aufgeben. Entweder mich ganz der Geistheilung widmen und der Lehre der Geistheilung oder dem Gästehaus, dem Klienten und Patienten dienen. Und da habe ich mich entschlossen, das Gästehaus aufzugeben und habe dann die Schule gegründet für geistiges Heilen. Weil ich hatte eine ganz sichere Inspiration oder eine Gewissheit in mir, dass es gar nicht mehr lange dauern wird, bis der Beruf des Geistheilers in Deutschland anerkannt ist. Seit den 50er Jahren ist er ja schon in England anerkannt, also jetzt schon 60 Jahre. Und das kam dann viel früher, als es ich gedacht hatte. Und drei Jahre später hatten wir dann unseren Beruf und damit hatten wir schon einen ganzen Stab von Heilern ausgebildet. Denn die Ausbildung dauerte ja etwa zwei, drei Jahre. Und somit konnten wir dann gleich viele Menschen in einen Beruf, in eine praxisgerechte Lebensführung bringen. Und auch aus der Notwendigkeit heraus haben Sie die Schule gegründet, weil einfach so viele Anfragen kamen und Sie gesagt haben, ich kann unmöglich all diesen Menschen helfen. Ja, das war es. Ich wurde überrannt. Und vor allem die Seminare wurden zu groß. Das waren nachher 50, 60 Leute im Seminar. Und da kann ich nicht jeden Einzelnen erreichen. Und deswegen musste ich gelehrige Schüler von mir ausbilden als Dozent. Denn ich hatte ja mit den vielen Heilern aus der ganzen Welt ein Programm zusammengestellt, das nicht nur erlernbar ist, sondern auch effektiv wirksam ist. Und zwar auf allen Ebenen. Körper, Seele, Geist. Denn nicht alles muss mit der Geistheilung behandelt werden, sondern wir können auch in die Bereiche hineingehen, die auch noch außerhalb der Schulmedizin liegen. Also meditatives Heilen, mentales Heilen, bis zu der Akupunkturrichtung, die wir entwickelt haben. Also eine energetische Übertragung in die Meridian- und Akupunkturpunkte hinein, ohne Nadeln und ohne technischen Aufwand. Also nur mit heilenden Händen über eine Farbkombination, die wir entwickelt haben. Und diese ganzen Methoden, die waren eben lehrbar und auch dann von den Laien durchführbar. Die Geistheilung beginnt ja erst dann, wenn der Mensch mediale Fähigkeiten hat. Vorher nicht. Vorher ist es energetisches Heilen oder psychosomatische Regulierung oder meditatives Heilen. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen, die unter Namen vielleicht auch regi-bekannt sind oder Ähnliches. Aber da kommt aber jetzt eben, denke ich, dazu, was Sie auch in Ihrer Schule immer wieder vermitteln, es braucht ein umfangreiches Wissen. Eben das Talent reicht nicht, die Medialität reicht nicht, sondern der Mensch muss auch wissen, womit er es zu tun hat. Ja, zum Beispiel in einem Grundseminar erlernt schon der Laie, mit einer Wünschelrute umzugehen, um zum Beispiel Erdstrahlen, Elektrospuk aufzuspüren, die Aura eines Menschen abzufühlen mit radioästhetischen Geräten und dann auch einen Ernährungstest zu machen, welche Nahrungsmittel, welche Getränke sind zuträglich oder abträglich, welche darf der Mensch essen oder nicht. Wenn jemand also Verdauungsprobleme hat oder Mangelerscheinungen. Und das sind also sozusagen, Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, so feinenergetische Messungen, die aber sozusagen über eine reine Technik hinausgehen, sondern es kann nur der Mensch selbst mit diesen Bereichen passen. Der Mensch muss lernen, diese Energien zu spüren. Heilen, ob das bioenergetisches, mentales oder geistiges Heilen ist, basiert auf einer ganz einfache Formel. Einfühlung und Mitteilen. Nichts anderes. Ich muss erfühlen, muss in den Menschen hinein, muss seine krankhaften Schwingungen oder seine Fehlfunktionen spüren, um sie dann durch Mitteilung zu verändern. Wenn keine Heilung beginnt oder jede Heilung beginnt mit einer Information, so ist es besser. Dieses Mitteilen finde ich sehr interessant. Muss das immer sehr bewusst geschehen? Nein, nein. Je nachdem, auf welcher Ebene ich bin. Natürlich gibt es auch Heilungen mit Überzeugung. Ich kann jemand überzeugen, das machst du in deinem Leben falsch, deswegen bist du krank. Das ist alles noch der physische Körper mit unserem Denken. Dann gibt es Behandlungen, wo also die Homöopathie mit den Hochpotenzen wirkt oder Akupunktur. Diese Methoden gehen ja in eine Ebene hinein, die man schon dem feinstofflichen Organismus zugeordnet, also den Meridianen, die wir ja nicht sehen, die keine körperliche Struktur haben wie das Nervensystem. Dann können wir auch vielleicht noch die Tiefenpsychologie da hinzunehmen, die ja nur am Bewusstsein des Menschen wirkt, um dort mehr Ordnung reinzubringen, mehr Harmonie. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch die Heilung, die die Seele und das geistige Potenzial. Also nicht den Intellekt, sondern die Kräfte abdeckt, die den Körper erhalten. Wir gehen auch davon von drei grundverschiedenen Heilsystemen aus. Und das ist auch die Grundlage der ganzen Schule. Wir haben für die physische Ebene das Immunsystem. Also diese drei Bereiche, die Sie schon erwähnten, Körper, Seele und Geist. Sie sind ja in früheren spirituellen Traditionen auch immer schon wichtig gewesen. Heutzutage sprechen viele Menschen nur noch von Körper und Geist, aber es gibt eben auch die Seele, die etwas Verbindendes zu sein scheint. Herr, der Geist kann nicht direkt den Körper erreichen. Er muss einen Dolmetscher benutzen. Und das ist die Seele. Und jedes dieser drei Systeme hat ein eigenes Heilsystem. Genau. Der Körper hat sein Immunsystem, Körperabwehr, ein hocheffektives System. Das Immunsystem ist etwa millionenmal klüger als wir denken. Denn wir können als Tagesbewusstsein vielleicht tausend Menschen beurteilen. Genauso, der heißt so und so, der hat den Beruf und der hat diesen Charakter und dann hört es auf. Aber ein intaktes Immunsystem muss ungefähr fünf bis sechs Millionen Feindbilder auseinanderhalten können, zuträglich, können wir gebrauchen oder nicht. Und das ist also schon eine Leistung, diese innewohnende Intelligenz. Aber wenn wir zu den Heilsystemen zurückkommen, neben dem Immunsystem gibt es auch noch die Zellregeneration. Also ein Wissen, wann muss eine Zelle erneuert werden. Dazu gehören natürlich auch das Teilen von Zellen, das Mitteilen. Und das Harnwachsen von neuen Zellen bei Verletzungen oder wenn ein Organ mal schwer geschädigt ist, dass wieder sich eine neue Masse bildet. Und da hilft dann die dritte Ebene. Und die dritte Ebene ist die, die sich grundsätzlich aller physischen Behandlungsmethoden entzieht. Und das ist, wie es Rudolf Steiner sagte, sind es die Körperbildekräfte. Ich nenne es immer das Bewusstsein, wie der Körper sein sollte. Und dieses Bewusstsein ist nicht im DNS gespeichert. Sondern auch der DNS unterliegt diesem Bewusstsein. Ist das dann schon gleichzusetzen mit Geist? Das ist der Geist, ja. Also auch jenseits von Raum und Zeit, wie es oft gesagt wird? Also ich kann sogar, oder behaupte aufgrund meines Wissens, dass es eine Blaupause unseres Körpers gibt, die im Geistigen verankert ist. Denn sonst würde die Heilung nicht funktionieren mit Helfern aus der geistigen Welt, wenn die Korrekturen durchführen und wir den vorherigen, vor der Krankheit, den Zustand wieder herbringen, weil sie die Pause haben, also den Plan, wie es sein sollte. Ja, interessant. Und das klingt ja manchmal ein bisschen esoterisch, aber man darf nicht vergessen, dass die Wissenschaften sich immer mehr diesen Themen annähern. Und wir haben im Vorgespräch über Burkhard Haim gesprochen, der mit seinem zwölfdimensionalen Weltbild sogar mathematisch bewiesen hat, dass es so etwas wie höhere Ebenen gibt. Ja, natürlich. Die neuesten Erkenntnisse der Physik oder die führenden Leute in diesem Bereich, die sagen ja, dass kein Atom, kein Lichtstrahl hier sich bewegen würde, wenn es nicht eine geistige Komponente gibt. Denn wir haben irgendwo einen Gesetzgeber. Und alles, was wir erleben, läuft nach irgendwelchen universellen Gesetzen ab. Und diese Gesetze müssen innegehalten werden. Und da jedes Ding dieser Welt, was sich bewegt, Energie benötigt, braucht die Energie eine Information in gesetzmäßigen Abläufen. Das sind nicht nur die physikalischen Gesetze. Es gibt Gesetze, die noch eins drüber liegen. Und diese Art von Information ist, glaube ich, etwas, was auch in der Physik erst allmählich verstanden wird. Dass Information wirklich auch im Grunde eine nicht physikalische Größe ist, weil es ja nicht messbar ist, aber eine lebensbestimmende Größe. Kann man das so sagen? Ja, das Leben nutzt die Materie. Also wir sind ja nicht der Körper. Wir haben einen Körper. Leben ist Geist. Und die Talente, das hohe Selbst, also der geistige Anteil eines Menschen zeigt, ist, dass er in der Lage ist, in einem menschlichen Körper eine Ordnung aufrechtzuhalten. Über lange Zeiträume und auch noch in diesem Körper Bewusstseinserweiterung durch Erkenntnisse wie die Natur, die physikalische Natur und die chemischen Strukturen sich bewegen. Wir, oder jeder einzelne Mensch hat ja eine unvorstellbar hohe Intelligenz von der geistigen Ebene her, den Körper zu steuern. Also rein potenziell, auch wenn es uns nicht mehr bewusst ist. Ja, denn es muss ja alles nach einer Ordnung ablaufen, die liegt da nicht im Gedankengut. Das Denken ist nur der kleinste Teil dabei. Aber um die zellularen Strukturen aufrechtzuhalten, denken Sie nur, wir haben über 60 Billionen Zellen und die haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Im Durchschnitt müssen im Körper 6 bis 8 Millionen Zellen, die pro Sekunde erneuert werden. Denn in sieben Jahren ist der ganze Körper erneuert. Und dann eine weitere Ordnung dazu, in jeder Zelle des Körpers durchschnittlich laufen etwa 20.000 chemische Prozesse pro Sekunde ab. Also molekulare Prozesse, Verbindung, der Stoffwechsel in den Zellen. Und das mal 60 Billionen. Das sind Größenordnungen, die wir mit dem Denken nicht mehr erreichen können, schon gar nicht steuernd. Und das ist auch physikalisch gar nicht erklärbar. Und dahinter, das ist das Wunder des Lebens, dass uns ein Wissen und ein Können zur Verfügung steht, diesen Körper, dieses Wunderwerk aufrechtzuhalten. Deswegen wird der Körper und auch das Bewusstsein eines Menschen heute auch von führenden Wissenschaftlern als göttlich angesehen. Denn das, was in uns als Intelligenz, als Wissen, Bewusstsein wirkt, das können wir gar nicht denkender fassen. Also im Prinzip haben wir alle das Potenzial, gesund zu sein. Natürlich, wir sind ja auch weitgehend gesund. Wenn man mal die ganz schwer Kranken, die mit angeborenen Kranken oder schwer Verletzten mal nicht betrachten, sondern den Durchschnittsmenschen, der ist ja weite Teile seines Lebens sehr gesund. Und es ist auch so, wenn jemand schwer krank ist, also wirklich, so Medizin ist schon ein Fall von, naja, lange geht es nicht mehr, ist dann, ist höchstens ein Prozent seiner Grundstruktur gestört. 90 Prozent läuft dann noch weiter ab. Wunderbar. Ja, es gibt also so etwas wie kosmische Ordnung. Was heißt also krank sein? Heißt es, dass wir dann aus dieser Ordnung herausgefallen sind? Darüber sprechen wir im zweiten Teil mit Horst Krone. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020